Hallo zusammen, heute kümmern wir uns wieder um 10er Potenzen. Ich habe den Bruch 0,01, das ist 10 hoch minus 2. Ich habe hier zwei Stellen nach dem Komma, deswegen der Exponent 2. Eine Million, 10 hoch 6, ich habe minus 10.000, minus 10 hoch 4, minus 1 ist minus 10 hoch 0. Ihr erinnert euch, alles hoch 0 ist immer 1, also auch ein Smiley hoch 0 wäre 1. 1000 ist 10 hoch 3 und minus 100 ist minus 10 hoch 2. Das wäre es auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr schnauzt.